Justin Was, was, was? Das soll ich ja gern Gern? Ich hab schon zugehört, aber bestimmt Du, ich, ballern Was, ballern? Du, ich, ballern, feiern, party, saufen, noten Ach so, ach so, ne, ich weiß, was war freundlich Wer weiß noch, wie da... Wegen einer fucking Tapete Ach, zwischenzeit muss man schon was essen in jeder Zeit Was? Inzwischen streifen muss man aber ganz andere Sachen Ach so Ich will zum Beispiel, dass ich aufhöre mit den Zocken Schieß die Trude ab Das habe ich auch gesagt Zocken ist ein Hobby Und ich will mein, äh, Hobby von niemandem vorziehen Danach ist ihm gleich weggegangen Hobby ist mein Hobby, aber dieses... äh, zocken ist mein Hobby Das ist toll Ich bin reiner Gamer, ne? Also... Warum? 4 5 6 7 8 9 15 3 Scheiße! 12 12 2 Ich muss nicht mehr zählen 3 8 5 Nicht mehr? Nö 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 9 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 Sind jetzt schon Silvester 12 14 15 15 15 150 15 16 15 15 16 15 15 ich mag meine Rege, ich fühlst keinen Schuss von was mhm, äh, darfst naja, du stehst auch auf 9-Jährige, das ist halt das du kannst, du kannst doch nicht einfach so ärgern, ich stehe doch auch auf dich äh naja, nur auf deine Oma gestrickten blauen Sacken ach so, ja sind du jetzt dein dein, äh, Dings Markenzeichen? ja, genau das meine ne aber nur die blauen halte mal meine Oma hat sich verflügt ja nur die blauen, ist doch gut ich glaub die hat mir mal noch an ne, glaub ich weiß nicht ja, wahrscheinlich kaputt mhm, nein, nein, ich schock mir nicht offen nie ich will dich immer ich fühl mich halt so nach ner Zeit schon, aber mir ist jetzt immer so ein Reflekt, die immer direkt nach ner Aufstehung ja, ja, ich auch weißt du wie jetzt auf dem, nach dem Aufsteh du stehst auf ok also ich zieh mich dann generell um äh, ja klar das hat jeder, oder? ja 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 jetzt ist meine Stimme dabei abgekackt hab ich gemerkt das man bei mir knallt's ja alles also nur bei der nicht, dass man jetzt was falsch der verschlägt es ist Silvester wird er fast kurz vor ne Uhr oder, wieviel Uhr ist das eigentlich aus dem Handy? 22 41 ne ich hab ein computer achso das ist ein bisschen zichtig was wo spielst du denn da Minecraft alt wahr Pocket Edition ja so ja genau Pocket Edition kann man jetzt auch ja genau kann man auch im normalen Minecraft Spiel nutzen könnte ja auch aufkommen 2018 haben wir uns jetzt für uns so entwickelt dazu Handy und Computer werden eins ja bin ich ja kein Freund von um ehrlich zu sein naja das wäre eklig das wäre eklig weil Handy Qualitätsspiele immer scheiße sind also sagen wir es so es gibt auch nicht so scheiße als Handyspieler aber sind immer noch deutlich schlechter GPC Spiele und das will ich mir gar nicht erst anführen da kommt ja der Speck keiner zwingt sich dazu ne ja aber sagen wir nicht so stell vor jedes Spiel was es für ein PC gibt gibt es jetzt auch für Handy nur so eingepasst also für beide Plattformen dann dass man dass die Handys genug also mit 60 FPS können das heißt die PCs werden noch untergeschraubt werden oder die Grafik wahrscheinlich wahrscheinlich aber ich glaube auch noch nicht nein das wird hoffentlich nicht passieren Momentan höre ich einfach aufgezocken okay so schlimm wird es nicht wenn ich aufhöre doch doch also nicht gut nicht wäre gut nicht a little bit good but not very good ich höre vor geht hier auf dem Handy geht hier auf dem Handy geht hier auf dem Handy also ja oh Dias weißt ich habe in meinem Bunker durch die Gegend gebogen plötzlich sind da Dias cool ja das ist cool das ist wirklich cool Boah, ich habe voll gut Englisch gelernt. Sag mal, kannst du Englisch? Wie gut, meinst du? Gut Englisch, very good Englisch, so, like, ich... Ich kann mich im Englischen verständigen? Reicht das? Ich kann reden, schreiben, aber mir fehlen immer noch... Was, du kannst reden? Aber mir fehlen halt Vokabeln ab und zu mal zwischendurch. Ah ja, dafür gibt es gute Übersetzer heutzutage. Ja, benutze ich auch immer noch zwischendurch. Ja, obwohl der anscheinend weiß es sein soll, aber... Dabei ist es uns doch egal. Die Fischten eh was soll voll, wenn man sie benutzt. Wenn die Deutsch nutzen für Google-Übersetzer, wissen wir auch, was die meinen. Ja, am besten sind immer noch die Japaner, die versuchen Englisch zu reden, wer in der Hellasiaten... Ich find's schön, wie sie wird aussprechen. Höchst 16 Eier! So viele Eier in der Hose? Ja. Ich hab grad mal zwei. Ist ja traurig. Ich praktikier's in unserer Tolligste. Jetzt haben wir schon 58 Stück. Lass mich raten. Der andere hat mehr hier. Wie heißt da Peter? Nein. Ähm. Ich weiß irgendwie wie der Bruderhaus. Patrick, oder? Nee. Dann weiß ich wirklich nicht. Doch, heißt Patrick. Ach, Sinn. Ich glaub mir mal kurz, das rette hier so. Mann, jetzt ist das Bild weg. Irgendwie läuft das noch nicht so gut mit dem Bild. Dann muss man halt immer wieder ran klatschen. Boah, ey, wo kommen die Drecks Eier her? Schon wieder! Ich war eine Sekunde lang stillstehen da. Übrigens, ich farm jetzt Level. Okay. Hast du irgendwo eine Level-Farm oder sowas? So hoch mit der Dinge. So hoch mit der Dinge. Nein! Oh, 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 oh. Oh, oh. Redstone. Das macht mich schon ziemlich. Endlich. Hast du eigentlich ein Ressource-Fuck? Äh, ja. Ich benutze es aber, dass der Standort-Packs du hast eigentlich damals immer genutzt worden ist. Jetzt benutzen wir alle irgendwelche PvP-Tech-Shop-Packs. Ich hab noch nie eins gehabt. Hm, in deinen Videos hattest du doch. Welche? Im Auto 1 drin. Welches? Keine Ahnung. Und der in HD ist ein PvP-Pack? Nein, ach so, PvP-Pack. Ich dachte, man ist jetzt generell in Tech-Shop-Pack. Ja, Tech-Shop-Packs hab ich immer drin. Aber der in HD? Ja. Doch, doch, das ist volles Krasse. Tech-Shop-Pack. Für PvP-VP-Tech-Shop-Pack. Ja, genau. Benutzen die ganzen Profis. Das wäre eigentlich? Wer eigentlich? Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Ich will zählen, wie in Ruhe spüren, rufen, für Korsuch, um Mitternacht, nein, wie hier alles los. Das ist nicht gut. Not gut. Also, du kannst hier wieder ein paar Steine abholen. Ich hab' wieder. Nämlich viel. An nem scheiß gefahrenen paar Sex. Okay, ich platzier' jetzt grad' meine Treppen. Okay, wann kommen jetzt eigentlich immer Videos? Hier. Zu dem. Projekt. 2x Season. Keine Ahnung, was auch immer. Äh. 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 Ich muss ja so kurz erzählen, ist das Verkaufsagen oder was? Ja. Ist auch mein Kanal nicht meine. Ja, bin ich ein Textdokument oder was? Ja. Ich dachte, du bist gut intelligent. Und du hast ein Schild. Woher? Ja. War einfach da. Hm. Warum kommen wir denn so Menschen anziehen? Äh. Oh. 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 Okay? Ja. Der, der wievielten Folge sind, ha? Guck auf'n Datum. Der wieviel das heute? 31. Ja. Wo ist neues Jahr 2018? Folge 2 sind vererst. Krass, ne? Aber dafür kommt dann... Ach du Scheiße, kommt dann dafür Minecraft. Da stellt sich ja jeder Zuschauer auf. Ih. Also ich werde dafür, dass man dem Projekt nicht mehr trailt, wenn keiner anwesend ist. Beziehungsweise wenn die Person nicht anwesend ist. Was lächst du davon? Was? Man stolz nicht mehr in dem Projekt, wenn die Person nicht anwesend ist. Das ist der, was ich vorhin gesagt hab. Letztens. Oh. Na. Ich würde noch mal ein Video formen. Das war auch ein Video. Ach. Na, dann vergiss es. Was? Das stimme ich dir jetzt einfach nur zu. Das höre ich gerne. Alter, ist das ein großer Pilz. Sch. 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 Hör die Magie-Water-Sang. Oh. Das kommt ein Auto. Ich glaube der Linkskott draußen. Was? Das kommt ein Auto. macht bummer ist klein zu müssen was draußen bei mir schon die ganze zeit ich frage mich wo leute die das ganze zeit gewohnt her haben ja ne alter fährt man nicht da viel geld finde ich voll unnötig ich habe mich dann lieber vorsfenster schau den du wie zu ihr geld in die luft ja ließen mann nach ist alle auswälzt am ende oder manchmal weniger geld haben nicht und danach lachen die mich aus weil ich ja im rest vom jahres kein geld habe und sie schaden was wollen sind ich bin permanent pleite ich bin permanent knapp bei kasse so wie lange wollen wir jetzt eigentlich aufnehmen und du hast mich dazu gebracht das zu spielen gerade also lang dauert schon eine folge in 20 mal hast du du nimmst aber fast immer mehr wie eine stunde auf bitte du nimmst doch aber fast immer mehr wie eine stunde auf ja ach so quacke ach so quacke ich geh wieder runter in meinen bunker ja das ist mir zu hell ich esse jetzt den slam block glaube ich jetzt wirklich durch wasser da fackt mich jetzt ab haben wir überhaupt wasser ja mal die arm drecks bild so haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr schleim kannst jetzt runter springen wenn du stirbst wissen wir ja bescheid dass es nicht geklappt hat okay kommst du mal kurz runter wie habe ich jetzt Angst du musst keine Angst haben klappt zu 20 Prozent sagen wir einfach noch nicht dann fühlst du dich für dich sicher da zu 100 Prozent hoffentlich ich weiß nicht ich war es nicht ich weiß nicht heißt er sagt ich war es nicht schau mal sicher kommst du ab was ist das ein guter kopf ach so cool den habe ich vorher nicht gerettet der kommt jetzt hier als Deko hin dann fällt der bunker vielleicht noch weniger auf wenn das so das zeug davor einfach steht alter bin ich ein fette Schwein kopf kopf wo seine katze eigentlich der liegt doch auf dem Couch ach so guck du mich an beim Zocken kopf ich denke ich denke ich habe das was eigentlich für ein leben bewegt sich nicht mal ich glaube die denkt sich nur das was ich komisch zusammengesetzt eine Reihe geliehnte worte auf dem Mund setzen und was sie bedeuten ob Katzen verstehen was wir sagen bezweifle ich aber sie wissen was wir meinen so wie wir die Katzen na mein Hund zeigt mir eigentlich immer nur wenn es meiner Futter will oder wenn sie Futter will da sieht man es wenn sie vorm Futterschrank steht und jammert und wenn ich vorm Kühlschrank bin und rumschreie heißt es dann werde ich auch nicht einkaufen irgendwann mal macht sie wirklich nur Schluss irgendwann mal macht sie wirklich nur Schluss auch gedroht hat sie schon mit ach so mein zweiter nicht süß ich habe nur eine Bilder anverdauer gelassen ouch bekomme ich ein Bild von ihr ach nein nein oh man ich habe ihr gesagt würde mich nicht stören oh ich glaube das ganz schnell wer singt gleich bald na die ist wieso schon salzig ach aber ich hasse es weil die hat ein Ultimatum gestellt und ich hasse sowas wie die Pest weißt was das lustig ist hm das ist alles in der Aufnahme ja und naja das ist einfach zu sagen so dass man es nicht wird ich schneide die gar nicht rum ja aber hä ja wow es wird ein Parts geschnitten ja aber mehr auch nicht ach so also ich sage wird so zu hören sein ach ja jawoll ja 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 evtl ja 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 ich sage ich die reichen holz oh 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 lecker wir sind zu ruhig das ist nicht gut zu ruhig wir müssen aufgetreten sein scheiße bauen er muss wer kommt machen wir ein paar mehr leute wo sind die anderen Silvester na Spießer ne heutzutage hockmann eigentlich mit die WZ von PC und zock Minecraft natürlich nicht wenn man ganz cool ist wenn wir ganz cool ist und macht aber nur 3 leere leere wann kommen kommt der ist eigentlich auch noch ein flügel sonst weiß keiner was wir meinen was wird sich schon irgendwie ergeben aber wir haben die runden alle gewonnen oder ne fast alle 2 von 3 und ich finde das ist ein stolz das ist ein ergebnis für stolz das ist ein das ist ein wir das ist ein ein das ist ein das ist ein gegen ihn mit den treiben dann regt das sich noch mal auf glaube ich weil wir da würden wir die bohren töten du hast ja schon gesagt es ist ein bettos naja aber er war der ersten eindruck gar nicht so schlimm wie es vielleicht jetzt rüberkommen ich finde nicht schlimm okay gar nicht okay ja aber schimpfen gar nicht welche schlimm finden würde wir ja gar nicht mehr auf das kotze zugelassen darfst du hier bin ich mir anschreiben kommt da kurz um frage mal wenn er gern auch mal hallo zu youtube sagen möchte wollen ja nicht mein handy ach so schreibst du an ja ich ruf ihn an also da ich mir höre wir mit ne mal gucken ob es ein handybook an ist der sack entsperrt nie seine simkarte das ist nervig man muss ihn über whatsapp angucken ah er hat aufgelegt er hat geschehen was los kommt disco du Pornodarsteller ja zu bettos kitty der so kann nicht davon fragezeichen ich weiß nicht was das jetzt bedeuten zur fragezeichen kann ich also ich habe mir so das müssen wir ändern andere leute sollen auch tun sachen sagen jetzt da musst du das dazu bringen dass die sachen witzig sind die anderen sind einfach nicht so lustig wie ich muss ich bin nur kinder pädophiler ich bin auch nicht witzig wie viele kleine kinder aber kann man gehen schickst mir immer bilder wo das nicht groß ist die großen atomschutzbunker aus holz die erste schicht ist das alles darum wird das ob sie hier wirklich das was hat das ist mir zu viel arbeit in dem mann paar steile ich habe es nicht ich auch ich will hier dass du nicht nimmst hat sich das bild ist das bild weg nehmt sehr wohl endlich ich hab's ein bisschen umgestellt müsste jetzt sind klappen die kacke wann ist eigentlich nachts für mich schlafen legen aber ich mache einen cut aber ich will den cut für die aufgabe jetzt soll ich machen also sage ich tschau tschüss bis zum nächsten mal tschüss ihr wechseln ist ein hühn gestorben ein hühn gestorben